ARD Text im Auftrag von Funk Bello die Kisten hier Ne Krass Mach mal hier das Ding noch auf, ja So, 9524 8742 Ja, ich hab den Pöbel erstmal hingeworfen Oh, da Rogue Hier unten ist einer Du bist alleine, du bist alleine, es sind zwei, es sind zwei Der ist tot Was? Ja, treib mal alles runter Ne, 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 ne Ah, Clay Mach's gut Na ja, guckt Einer am zweiten Stock gerade reingesprungen Ja, der ist gerade hier rein, wieder bei uns Ja, der ist gerade hier rein, wieder bei uns Ja, ja, außen Ja, ja, außen Da ist Ja, der ist Ja, der ist Hinter uns, hinter uns, hinter uns Da Und da Treppenhaus jetzt Ich weiß nicht, ob der jetzt hochpusht Ja, ja Ich muss nachladen Oh, drei Stunden Geh du hinterher, ich kann hier unten lang Ja Ja Also, jetzt hat's mal geklappt, dass ich an dem vorbei gesegelt bin und der sich halt im Kreis gedreht hat Floater Hm Ähm Geht Chemical 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 vorder Hat Hits Hat übelst Hits Ich seh, ne Under der Kiste Hm Kommt noch einer Zippe du Warte Reicht's hier Oh fuck, hier oben bei uns Bitte 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 Ja Ja Boah Wieder der Spacko Nehm ich einen Tipp Danke Aufgeregt Wann ist der denn gelandet hier? Keine Ahnung Hat auf jeden Fall eine Flagge gehabt Hier hat er eine Tempered Weste Ja, ja, ich hab irgendeine Weste an Die hatte ich noch in der Tasche stecken Ich hab zusätzlich mitgenommen Kannst du noch eine U-Off einstecken? Ja Hört euch mal an Oben Ja Ach ne, unten Wo? Wir gehen nach unter uns So, wir fallen nach unten Da, 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 da Ecke Wieder diese aufgeregte, ey Der geht mir voll auf den Dissern Den Den Tippen müsste man mal wipen Hast du die Flair mitgenommen? Ja Die sind noch Steps Hier? Nice, ich hoffe das war der zweite von dem Team Alles gesenkt Alles gesenkt Gehen wir halt Officers Dann können wir Nova halten Wenn da was kommt Opa, opa Opa, opa Da an Nice Hä, was hab ich denn hier? Warum hab ich denn eine Bohrladung hier? Ach, scheiße, das ist eine arme Sau Der wollte weg springen und ist einfach an der Wand hängen An der Kante hängen geblieben und hat dort so Klimmzüge gemacht Das ist armes Schwein, ey Ich glaub das ist wieder diese aufgeregte Mützenball Jetzt tausend jetzt in Zwehe Wie soll das mal reinkommen? Das ist ein Influss Ah, das ist irgendwie nicht so sexy Alter, ja, ist klar Okay Irgendwann gefällt mir Die flotten hier rüber, die flotten hier rüber Okay, das ist nicht so gut Innernockt Wo bist du? Hier oben drin Oben rein Dann war der zweite weg Hier, nee, der zieht übers Dach gerannt Goastet, oder? Ja Der ist auf dem Dach Dann Ladies first Wo ist er denn? Echt jetzt? Hä? Der ist jetzt hier unten rein, oder? Wir bestimmt, oder? Ja Mal gucken, wenn der Flotty, Flotty ist hier Der ist da an Tot Ah fuck, der andere ist Der ist da grad rein Ja, einer muss dorthin gucken, und einer muss dorthin gucken Ich kann von hier aus gut dorthin gucken Drinnen, oder? Okay In dem anderen Eingang Der läuft nach oben, der ist nach oben Ja Der geht in den Oberdach, würde ich sagen Hm Ich frage ob die mir jetzt innen ausschießen, wenn die jetzt hier Was ist er denn hin? Weg Ich hab meine Perks hier, also wenn die mir jetzt innen ausschießt, dann Hm Ich hab noch eine Juw auf Ja, mach mal an Sind noch noch 5 Leute übrig Hm Da kommen wir niemanden bei, ich schaue, ne? Ja, position jetzt erst mal wichtiger Aber wir sind keine Ghosties drinne Das wäre natürlich super episch, bitte Wo ist denn der Auftrag? Ah, das sehen wir mal nicht Du jetzt ganz oben, bist du oben? Ja, ich geh jetzt ganz gut, ne? Ja, jetzt Ja, du fahrst schon wieder weg Ja, da ist eine Leiter Okay Wir gehen ins andere Fenster Ja Die Flöten sind gerade runter Floater, Floater Wer noch da an? Wo denn? Markieren wir was? Ja, warte In der Wasserturm Da ist noch ein Zweiter runtergefloatet Ja Der Link ist da Der Link ist da Hier rechts, der Ja Oh, ich muss Bladen Bladen Bladen, nachladen Ja Ja Und, er hat 1000 Hits Ja, von mir auch schon 1000 Nice, 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 nice Äh, noch Letzter Ja, die Frage ist schon bei uns, oder? Dammbleiben Gehst vor Ja, warte mal, ich hab da hier einen roten Pinker, hast du unter mir gerade, oder? Ja, vor, unter uns, ja Ja, 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 hier Hey, was springst du denn runter, du Wahnsinn? Ja, das ist für diese, die ist ja okay, ich hab da Alter Was ist der? Mein Herz Warum? Ja Ich dachte, der holt dich jetzt innerhalb von einer halben Sekunde und dann ist es vorbei Dann holt er mich Nein, da hättest du doch Zeit gehabt Ja, er holt dich ja ohne, dass du ihn hittest Ach, Quatsch Nie normal Ja Hey du Ja, es ist passiert Vier Es passiert Jetzt ist schon wieder halb 3 Müssen wir mal halt erst schon wieder öffnen Das ist so ja Einfach so, ohne, ohne Vorankündigung, ohne, einfach, einfach, jetzt, ich bin jetzt mal weg Na, dann musst du eben jetzt noch einen Wind holen Machen wir jetzt noch eine richtige Kack-Runde, damit ich mich nochmal richtig aufregen kann Nie wieder schlagen können Jetzt steh ich ein bisschen mal richtig dumm an. Hier, das haben wir. Seh was du bist. Das ist die Bauer. Das ist ja euer.